Auch wenn die Luft raus ist, weil die Luft ist halt auch bei uns raus. Und am 19. zum Vorbericht zum Abschluss der englischen Woche, Sonntag 15.30 Uhr, Auswärtsspiel bei RB Leipzig. Wir machen die Gegneranalyse und ja, Leipzig quasi sicher in der Champions League. Die Saison war Schluss gegen Liverpool im Achtelfinale, sind auch noch im Pokalhalbfinale. Da spielen sie nächste Woche, wo wir Pause haben, in Bremen auswärts. Und ja, Leipzig, ob man jetzt das ganze Gerüst, ihr seht es am Thumbnail, die ganze Marke im Fußball respektiert, mag oder eben nicht wie die meisten. Ja, tut nichts für Sache, sie sind eine feste Größe geworden in der Bundesliga. Diese Saison auch tatsächlich näher an den Bayern als BVB in Sachen vielleicht mal neuer Meister irgendwann. Da sind sie näher dran als der BVB aktuell, haben einen starken Kader, starke Spielweise, auch einen guten Trainer. Sturm vielleicht noch ein bisschen, ich glaube da haben sie selber noch ein bisschen Problemchen, den Werner da 100% zu ersetzen. Zuletzt gab es eine Niederlage in München, die, ja, die Meisterschaft wohl entschieden hat. Hätten sie lange gewonnen, wäre vielleicht nochmal Spannung reingekommen. Dann gab es sie gegen Bremen, unschied gegen Hoffenheim und eben jetzt eine Niederlage gegen Köln, bei Köln. Klar, für die geht es so mehr im Abstiegskampf, aber trotzdem auch so ein bisschen das Zeichen, dass bei denen ein bisschen die Luft raus ist. Das hilft vielleicht uns ein bisschen, sonst ist die Lage halt komplett klar vom Spiel Leipzig der Favorit. Die letzten direkten Duelle lassen sich recht kurz halten diesmal. Letztes direkte Duell war das 0 zu 1 im Hinspiel, war eigentlich gut geschlagen. Noch eine dicke Chance gehabt, glaube ich, Anton kurz vor Schluss, aber am Ende des Tages verdient verloren gegen Leipzig da im Heimspiel. Und sonst, da einfach RB Leipzig noch nicht lange in der Bundesliga ist und wir halt auch in der Phase, in der sie in der Bundesliga sind bisher, halt auch zweimal in der zweiten Liga waren, haben wir bisher nur zwei Auswärtsspiele bei RB Leipzig. Einmal 1 zu 0 verloren und einmal 2 zu 0 verloren. Also auch da statistisch die Lage weiterhin klar. Schauen wir uns die Tabellensituation an. Leipzig zweiter Platz, 10 Punkte hinter den Bayern, aber eben auch 9 Punkte vor dem BVB auf Platz 5. Wir weiterhin auf Platz 10, 4 Punkte auf Gladbach und Union, die auf 7 und 8 stehen, aber eben auch mit 13 Punkten Abstand auf Köln, die auf 16 stehen. Berlin auch auf 16, haben aber noch zwei Nachholspiele und wir sind 9 Punkte vor Bielefeld auf Platz 15. Berlin, Leipzig dritter Platz in der Heimtabelle, waren da glaube ich auch lange Zeit Erster oder Zweiter, auf jeden Fall lange Zeit sich oben gebettelt mit den Bayern um die beste Heimmannschaft. Wir auf Conference League Platz 7 quasi in der Auswärtstabelle, Leipzig in der Rückrunde auf Platz 4 und wir wieder auf Platz 7 in der Rückrundentabelle. Kommen wir zum Startelfthipp. Diesmal ist die PK tatsächlich schon gewesen, bevor ich hier diesen Vorbericht aufnehme, aber da war jetzt nichts Besonderes, was jetzt irgendwie groß was hilft, zumindest nicht auf Twitter, was der VfB immer tweetet zur PK, was mir groß in der Startelf helfen könnte, glaube ich. Immerhin können wir jetzt wieder auf unsere Stamm-Dreierkette zurückgreifen. Also hinten, klar, Kurbel, Kempf, Anton Mafropanos, davor bleibt auch Endo klar. Aber auch Massimo bleibt für mich da drin, böse gesagt wegen Alternativlosigkeit, hat aber auch ein okayes Spiel gemacht gegen Wolfsburg. Würde mir natürlich da auch mal ein Cissé wünschen, aber ich sehe es einfach nicht. Genauso wie in Djurjenov, die sehe ich beide nicht von Beginn an. Links bleibt hoffentlich dann Armada. Ist jetzt natürlich möglich, dass Karas so wieder hochrutscht, aber ich hoffe, dass er Armada bleibt. Und danach verkacke ich es mir mal nicht mit Sosa. Ich weiß, er fällt noch aus. Deswegen spielt da links Tommy für mich. War jetzt auch auf der Bank geblieben über 90 Minuten, aber trotzdem würde ich mir Tommy wünschen, auch weil es Kudibali einfach gerade nicht so wirklich ist für mich. Der darf gerne auf die Bank. Davor ein bisschen mehr Erfahrung mal. Förster bleibt und ich bringe auch mal Castro von Beginn an. Ist jetzt die Frage, wie sie da dann vorgehen mit dieser Nichtverlängerung im Sommer. Aber jetzt hat er ja die Einwechslung bekommen. In der 70. war es, glaube ich, grob. Deswegen stellen wir da mal hin. Sonst ist da auch die Davi eine Möglichkeit vorne. Klimawitsch sehe ich eher von der Bank aus. Ganz vorne bleibt Kalajcic. Logisch, damit sind wir durch mit dem Startelf-Tipp. Und ich hoffe mal diesmal auf ein bisschen besseres Ergebnis als die 7 von 11 gegen Wolfsburg noch. Wir kommen zur Prognose. Da wir das sehr gerne abstimmen im Community-Tab. Sieg und Schieneniederlage. Ihr kennt es. Und auch gerne natürlich spezifisch da der Ergebnistipp. Die Meinung, Prognose, whatever. Rein damit in die Kommentare. Ja, wenn man ehrlich ist, das wird ein ähnliches Ding werden wie gegen Wolfsburg, denke ich mal. Du wirst dir da auch vollkommen in Ordnung präsentieren. Dich ordentlich verkaufen. Aber halt einfach gegen Qualitäten. Auch diesen Top-Team-Faktor so ein bisschen, den sie einfach haben. Die Top-Teams am Ende des Tages wahrscheinlich trotzdem verlieren. Auch wenn die Luft raus ist. Weil die Luft ist halt auch bei uns raus. Was ja völlig okay ist bei uns. Du musst dir meine Situationen angucken aktuell mit den Verletzungen, Tabellensituationen. Du bist da gesaved, schon die ganze Saison gesaved vorm Abstieg. Und eben jetzt auch Top-Teams als Gegner in Vergangenheit. Und jetzt auch noch mit Leipzig in Zukunft quasi. Deswegen, mal sehen. Vielleicht kann man ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Vielleicht kann man ja einen Punkt mitnehmen. Jungs sind ja auch ein bisschen gefrustet gewesen. Beispiel Karl Leitsch, ich war ein bisschen angepisst nach dem Spiel. Wenn du eben selbst Chancen gegen Wolfsburg hast, dann musst du die halt nutzen. Dann nimmst du da auch was mit. War ja kein komplettes Kackspiel gegen Wolfsburg. So war es ja einfach nicht. Deswegen, vielleicht kannst du da ein bisschen kämpferisch rangehen. Kannst da vielleicht einen Punkt mitnehmen. Man tippt sowieso. Selbst beim Bayern-Spiel habe ich nicht gegen uns getippt. Man tippt einfach nicht gegen seinen Klub gefühlt. Ich werde es bestimmt irgendwann mal machen. Aber jetzt tue ich es weiterhin nicht. 1 zu 1 mein Tipp für Sonntag. Natürlich wäre es so ein überraschender Sensations-Auswärts-Erfolg quasi in Leipzig. Gerade bei den Dosen. Recht schön. Mal gucken. Und seit Neuestem hat es auch noch der komplette Spieltag getippt. Die Prognose neben mir. Seht, dass das Berlin-Spiel fehlt. Natürlich bei dieses erst irgendwann Mitte Mai zocken. Aber der Spieltag, der von Freitag bis Sonntag läuft, hier einmal getippt für euch. Und dann war es das von dem Vorbericht gegen RB Leipzig. Ich hoffe, ihr seid am Sonntag dabei. Schaltet im Stream ein. Auch wenn die Lage ja schon recht klar ist. Kam ja so ein bisschen raus aus dem Vorbericht. Sonst macht euch ein schönes Wochenende. Bedankt fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Sly to the left. Sly to the right. Criss-cross. Criss-cross. Oh nee, Digger.